Als Einheimische hat es mich schon immer zum Stangenwirt getrieben. Ich wohne allein fünf Minuten weg. Ich bin dafür zuständig, dass wir viele Bewerbungen bekommen und natürlich auch, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Daheim beim Stangenwirt ist bei uns ja nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeiter. Wir sind ja auch ein ganzjähriges Betrieb, deswegen können wir ein daheim auch bieten. Ich bin eigentlich überall im Haus und schaue in alle Abteilungen, weil ich irgendwas organisieren muss oder weil wir irgendwelche Challenges haben oder irgendwelche Mitarbeiterprojekte. Wir haben dann ja letztes Jahr die Stangenwirt Fitness Challenge gehabt. Das ist zwar ein bisschen aus meinem eigenen Interesse gestartet, weil ich gehe gerne boxen, mache viel Yoga. Ich schaue immer, dass ich fit bleibe und wollte auch die Mitarbeiter da ein bisschen hineinziehen. Wir haben so eine große Vielfalt im Haus. Das ist besonders schön, vor allem auch bei den Bewerbungen. Wir haben ja eine riesige Infrastruktur. Wir haben super viele Bereiche, bei denen man arbeiten kann. Und auch wenn man jetzt irgendwo anfängt, dann bleibt man da meistens gar nichts, sondern schaut sich mehr im Haus an. Ich würde sagen, Stangenwirt ist eine gute Schule. Und zudem ein toller Platz, an einem tollen Ort, in einer tollen Region. Wir versuchen wirklich immer alle individuell so einzusetzen, wie es für den Bewerber oder den Mitarbeiter am besten ist. Und da trauen sich viele manchmal gar nicht sich zu bewerben, weil sie denken, das geht eh nicht. Aber bei uns ist alles möglich.